Sehr geehrte Frau Botschafterin Nazane Briesa, Sie sind Botschafterin der Republik Kosovo. Wir begrüßen Sie nicht herzlich. Der Botschafter der Republik Albanien, Herr Ilir Cioni, lässt sich entschuldigen. Sehr geehrter Vertreter von Organisationen, sehr geehrter Dr. Gerard Pfister, sehr geehrte Gäste, liebe Behide. Dieser Anlass gehört ganz alleine dir. Seit 37 Jahren setzt du dich für humanitäre Hilfe ein. Wir möchten deine wertvolle Arbeit versuchen in Worte zu fassen und haben uns hier mit einem Weggefährten aus internationalen Organisationen, wie beispielsweise der NATO, KIO, Caritas, UNHCR, Glückskette, das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, sowie Kirchen, Ärzte, Anwälte, Übersetzer und unglaublich vielen Privatpersonen versammelt, um der erarbeitenden Form eines Films ein Gesicht zu geben. Dies sind nur ein paar Namen dieser langen Liste deiner Weggefährten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Behide Hassanai hat während der Balkankrise zwischen 1981 und 1999 als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern bewiesen, dass ein einzelner Mensch bereit sein kann, humanitäre Hilfe neu zu definieren. Mit einem unglaublichen Willen hat sie 9.825.644 Schweizer Franken gesammelt. Davon hat sie über 5 Millionen, selbe als Privatpersonen, gesammelt. Wir werden heute Nachmittag zusammen mit einigen Weggefährten von dir, liebe Behide, auch kennenlernen und auch der Regisseur des Films, Herr Lesch-Nikola, wir kurz ein paar Worte sprechen. Der weitere Verlauf des Nachmittags gestaltet sich mit einem Lied, mit Grußwörtern, dem Film, der Biografie von dir, liebe Behide, und einem anschliessenden Apera mit Fotoausstellungen. Einer dieser ganz wichtigen Weggefährten von dir ist Göpf Bärweger. Er ist Vizepräsident und Mitbegründer der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und ihm möchte ich nur gerne das Wort übergeben. Vielen herzlichen Dank. Es freut mich und es ehrt mich, Behide, dass ich an diesem Anlass das erste Grußwort sprechen kann. Das mag ich sehr gerne. Und ich darf vielleicht ein bisschen auf die Geschichte zurückgehen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich darf hier sprechen, weil ich damals als Mitbegründer der Gesellschaft für bedrohte Völker schon sehr früh mich mit dem Thema Kosovo geschäftigt habe, schon in den 80er Jahren. Und dann war selbstverständlich die Kosovo-Krise, der Kosovo-Krieg oder die Repression in Kosovo war ein wichtiges Thema dieser Gesellschaft für bedrohte Völker. Es war schon sehr früh, dass du als in der Schweiz lebende kosovarische Albanerin als Mitglied des Büros im Büro der Gesellschaft für bedrohte Völker vorbeigekommen bist und dich als Mitglied interessiert hast und eine Reihe von guten Ideen für humanitäre Hilfe in Kosovo gebracht hast. Du hast mit deiner Initiative und deiner Energie im Raum Bern sehr viele hilfsbereite Schweizerinnen und Schweizer und Kosovarinnen und Kosovaren zu vernetzen verstanden und im Kosovo hattest du sehr guten Kontakt zur bekannten Mutter-Theresa-Organisation. Auf diese Weise konnten Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Haushaltartikel, Schulmaterialien, Medikamente in großen Mengen dank deiner Initiative in den Kosovo den bedürftigen Leuten gebracht werden. Soweit die gesellschaftlich bedrohte Völker dazu in der Lage waren, haben wir natürlich mitgeholfen, aber wir waren im ganzen Netz, das du aufgebaut hattest, eigentlich nur ein kleines Steinchen im Mosaik. Im Oktober, November 1969, äh 1999, Entschuldigung, konnten wir dank dir zu viert eine Reise in den Kosovo machen. Da war auch Theo von Feldberg, der unter uns ist, war mit dabei und wir hatten die Möglichkeit nach Pristina zu fliegen und auf einer anschließenden Rundreise durch den befreiten Teil des Kosovo einen Eindruck vor Ort bekommen. Von den gewaltigen Schäden und den Zerstörungen aus dem Krieg, vom energischen und teilweise auch etwas chaotischen Rückkehr- und Aufbauwillen der zurückgekehrten Kosovo-Wahnringen und schließlich auch von der heiklen Lage der kleineren Minderheiten im Land. Diese Reise war äußerst eindrücklich. Wir bekamen dank Behides Kontakten guten Einblick in die Lebenssituationen der Menschen, konnten auch eine Reihe von Kontakten zu zivilen Organisationen im Kosovo aufbauen und wir konnten eine Ahnung bekommen, was es heißt, eine Gesellschaft und einen Staat völlig neu aufzubauen. Das können wir uns hier eigentlich gar nicht vorstellen, was es heißt, wenn ein Land zerstört ist und wenn keine eigentliche Administration verhandelt ist. Im Kosovo musste man bei Null anfangen. Behida Hassanai war für uns von der Gesellschaft für bedrohte Völker eine humanitäre Brückenbauerin. Brückenbauerin für Schweizerinnen und Schweizer, für Kosovo-Abanerinnen und Albaner in der Schweiz, für hilfsbereite Menschen in der Schweiz, namentlich auch in kirchlichen Kreisen und zu den notleidenden Menschen in Kosovo. Und nicht zuletzt hast du in deinem humanitären Einsatz die besondere Situation von Frauen betont. Behida hat ihr Herz immer auf dem rechten Fleck gehabt, zugepackt, wenn es nötig war, wenn es zu helfen gab. Du hast Leute einander nähergebracht und so ihrem Herkunftsland und so deinem Herkunftsland Kosovo einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Dafür gehört ihr großer, großer Dank. Mir persönlich hast du gezeigt, wie eine einzelne motivierte Person mit gutem Herzen bei vielen anderen die Mitmenschliche, die Helfende, die Mitfühlende, die humanitäre Seite für einen guten Zweck beflügeln kann. Das war großartig, das ist großartig, das ist allerkennenswert und dafür möchte ich dir, liebe Behida, von ganzem Herzen danken. Den Parteipräsidenten der CV der Schweiz, Dr. Gerhard Fiste, der jetzt uns gefunden hat und auch dir, liebe Behide, kurz ein paar Worte widmen möchte. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Als ich die Einladung erhalten habe, muss ich gestehen, habe ich nicht gewusst, was sie machen und habe ich nicht gewusst, wozu ich eingeladen werde. Und als ich dann aber etwas recherchiert habe, muss ich sagen, dass ich enorm beeindruckt bin und war von dem, was sie gemacht haben. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das sich reimt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist das, was sie verkörpern. Sie haben nicht über das Gute gesprochen, das ist manchmal auch wichtig in der Politik, sondern sie haben das Gute gemacht und sie haben gezeigt, dass es neben den vielen Organisationen, die es braucht, immer auch die Privatinitiative von einzelnen Menschen braucht, dass Organisationen ohne die Privatinitiative von einzelnen Menschen nichts erreichen können. Der Atlas hier heißt Dankeschön an die Schweiz. Ich würde es aber schon etwas gut drehen. Ich bin zwar nicht Sprecher der Schweiz, sondern nur Sprecher meiner Partei, der CVP, aber namens der CVP und ich denke auch namens der ganzen Schweiz, möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für das grosse Werk, das Sie gemacht haben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Sie haben es gemacht. Heute verdienen Sie es, dass man auch darüber spricht und dass man das zeigt, was Sie gemacht haben. Alles Gute und herzlichen Dank. Vielen 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 Dank. , Vielen Dank. Vielen Dank. , , , , , , , , , ,, , , ,, ,,,, 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 ,,,,,,...,,,,,,,,,,,, Sie half bei Übersetzungen, hat zusammen mit Walter Halsberger und weiteren Helfern Transporte mit Hilfsgüten inklusive Medikamente in den Kosovo, nach Bosnien und nach Kroatien organisiert. Sie hat Essen, Kleider und Unterkünfte auch für Landsleute organisiert, welche vor dem Krieg geflüchtet sind. Insgesamt hat Behede auch durch Verzicht auf Privateigentum, sie hat beispielsweise ihr Haus im Jahr 2014 verkauft und auch ihr Auto, noch rund 22.000 Euro gesammelt und 28.000 Schweizer Franken, alles für humanitäre Zwecke, die sie dann für Waisen und Kriegsopfer gespendet hat. Abgesehen davon ist sie mit ihrem Auto rund 270.000 Kilometer gefahren und sie hat mit diversen LKWs rund 201 Tonnen Material geliefert. Diese Leistung und diese Herzlichkeit verringt unser allergrößter Respekt und den sollen wir dir Danke behalten. Diese Frau spricht nicht nur über humanitäre Werte, sie lebt sie auch vor. Die Botschafterin zeigte mit ihrer Anwesenheit den grössten Respekt Behede und auch weitere Vertreter aus Regierung bedanken sich auch in Briefform für deine geschätzte Arbeit. Einen davon möchte ich gerne vorlesen. Sehr geehrte Frau Hassan, im Auftrag von Herrn Bundesminister Sebastian Kurz darf ich ihr Schreiben vom 6. November 2016 beantworten. Ich darf Ihnen zu Ihrem humanitären Engagement im Kosovo, dem auch der von Ihnen angesprochene Fälle gewidmet ist, gratulieren. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, auf die traditionell guten Beziehungen zwischen Österreich und Kosovo hinzuweisen und auch den weiterhin großen Einsatz Österreichs für Kosovo. Mit bestem Grüß Dr. Markus Bergmann, er ist Leiter der Abteilung für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Dialog der Kulturen und Religionen des Bundesministeriums der Republik Österreich. Wir hören nun noch eine Rede von Dr. Achmed Cigoli. Er ist Vorstandsmitglied der Vereinigung der Albanischen Intellektuellen in der Schweiz. Vielen Dank. Frau Hassan, Frau Hassan, sie hat uns wirklich berührt heute, viel. Sie hat viel, viel gemacht bis jetzt, aber sie muss auch noch viel machen für die Frau. Das ist die Fekke, was sie hat schon gezählt. Es ist für mich heute auch eine Ehre, hier zu sein, weil der Regisseur, Herr Lech Nicola, hat mich auch berührt, hat eine sehr gute Sache gemacht. Wirklich so, von, ich würde sagen, sehr authentisch. Und er hat angekündigt auch, dass der nächste Schritt, der zweite Teil, kommt auch sofort. Stimmt das, bitte? Ja. Okay. Also, über die Vereinigung der Albanischen Intellektuellen in der Schweiz nur zwei, drei Wörter. Wir haben diesen Verein gegründet im Jahr 1997 mit Hauptsitz in Bern und wir werden nächstes Jahr 20 Jahre feiern. Herr Präsident, habe ich etwas, was du hast, ohnehin gesagt. Und das erste Mal, wenn wir haben getroffen, Frau Behide Asani, sie hat uns sofort als Magnet uns mitgenommen und wir haben in einigermassen ziemlich sie unterstützt. Und wir werden, und ich verspreche, sie werden weiterhin auch sie unterstützen, weil das ist, was man muss oder alle muss sofort was machen. Ich bin auch in der Schweiz seit 1990, gut, ich arbeite bei Swisscom zur Zeit, oder als Ingenieur, als erster Zeit hier, aber einfach so. Das hat uns Kosovo, insgesamt Alpander, viel geholfen. Und aus meiner Sicht, hier in dieser Stelle, in dem Namen von mir und Vereinigung der Albanischen Intellektuellen in der Schweiz, ein Dankeschön, sehr, grosses Dankeschön. Ich habe zwei, drei Sachen über Behide, also auch Vertu in dem Fall. Weg ist manchmal auch langweilig, nicht in dem negativen Sinn. Sie will alles nehmen, von uns, von Sol, also, ja, machen wir das. Also halt, wir haben auch unsere Aktivitäten, nicht nur du. Wir haben nicht einmal gesagt, auch in Solothurnen und so, auch in dieser Sendung oder in dieser Filmfahrt, so. Sie hat eine Gruppe von Kruscha, wie war ich mal, Kruscha, ja. Ja, so, für eine Frau und so, dort eine sehr große Branchealtung organisiert und so, hat auch damals uns alles berührt. Und zwar, sie macht weiter und sie wird nicht stellen außer uns so, aber einfach, sie ist so eine Powerfrau. Vielen Dank, Beetz. So, Behide, ich gebe dir sehr gerne das Wort. Wir möchten gerne noch ein paar Worte von dir hören und sind gespannt über deine Ausführung. Bitte schön. Vielen Dank. 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 , , , , ,... ,... ,... , , , ,... , ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,...,..., Ich möchte noch für Sie etwas geben, wie die Kosovo gebaut ist. Ein kleines Geschenk, genau für die Gerechtigkeit der bedrohten Völker. Jetzt, auch für bedrohte Völker, für die Gerechtigkeit, Zusammenarbeit, ich gebe nur ein Buch, die erste, euch es jetzt ausgeschenkt. Ich sage einfach für alles, Faliber Geri. Aber ich muss etwas sagen, es ist nicht so qualitativ ausgedrückt und darum habe ich nicht so viel. Danke. Ich habe Stopp mit Zähnen gelernt. Jetzt möchte ich mein Freiland einladen und noch ein kleines Geschenk meiner Ambassadoren, Frau Amasa. Frau Amaskane, Frau Amaskane. Verte, vielen Dank. Beggezdoin gasten Arbeit mit Cure und die Arbeit mit den Karten und die publicity. Vielen Dank. Da kommt Ahmed Dzikoli, eine monografie, weil du hast verdient, weil zu viel zu tun mit mir. Vielen Dank, Herr Hidja. Es ist ein großer Arbeit, ein großer Aktivität, ein eigenes Wettbewerb. Alles ist für die Welt, für die Menschen. Die Menschen, die Menschen, die Arbeit, die Menschen, die Arbeit und die Wettbewerb. Auch in der Schweiz, in der Schweiz, ein sehr großartiges Wettbewerb. Ich möchte noch einladen, Paul Rufner von CHIOP International, Thun. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Ja, danke. Danke für alles. Ich habe nicht so viel mit einem Schaun-Novel bekommen. Jetzt bekommt noch Marcel Dietler, hat verdient. Und ich darf Ihnen noch die Mitteilung machen, dass Sie sich hier im kosovarischen Kirchenasyl befinden. Hier hatten wir nämlich ganz viele Kosovo-Albaner im Kirchenasyl. Die haben hier geschlafen, die haben hier gegessen und in ganz gefährlichen Situationen, wo wir nicht sicher waren, kommt jetzt dann in der nächsten Nacht die Polizei, sind wir dann in die Kirche hinübergegangen und haben dort mit den Kosovaren geschlafen und haben sich umgeben. Also wenn die Polizei gekommen wäre, aber sie ist nicht gekommen, dann hätten sie zuerst diesen Ring von Schweizer Schläfern durchbrechen müssen. Vielen Dank. 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 Wir laden uns nun herzlich ein zu einem Apero und zu weiteren Gesprächen. Und hier hinten sind diese Fotowand, wo man die ganze Geschichte von Beri auch noch einmal in Ruhe anschauen kann. Und wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Scheine und wünschen Ihnen ganz einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.